Die Wall Street ist im Rausch der S&P 500 mit 4.900 Punkten auf einem neuen Allzeithoch. Die Wirtschaftsdaten in den USA ziemlich robust, ziemlich gut und der Kontrast zu Deutschland könnte fast nicht größer sein. Hier sind wir laut Einkaufsmanager-Indizie seit sieben Monaten bereits in der Rezession und dann heute Auftritt von Robert Habeck, der gesagt hat, naja, ich will doch den Wohlstand sichern durch die Energiewende. Aber was der gute Robert verschweigt, ist, dass gerade durch die Energiewende eben dieser Wohlstand gefährdet ist. Warum? Nicht, weil das nicht ein lobenswertes, gut gemeintes Projekt wäre. Das Problem ist schlichtweg, dass es immens teuer ist, dass da immense Kosten auf uns zukommen, denn der Staat wälzt das gerne dann auf die Bürger ab. Und das ist einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum wir viel, viel schwächer dastehen als die USA. Klar, die haben noch mehr gemacht in Corona-Zeit in Sachen Stimulus, Helikopterschecks verteilt etc. Das ist so nicht passiert in Europa, auch wenn wir hier in Europa unsere Geldmenge doch deutlich erhöht haben, aber weniger als die Amerikaner. However, es läuft etwas komplett anders. Und was anders läuft, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Startend eben mit dieser Jubelarie an der Wall Street, das erste Mal erreicht der S&P 500 4.900 Punkte, damit das Plus seit Jahresbeginn 3,5% und vor allem seit dem Tief am 27. Oktober 18,5% zugelegt. Helene Mester, die für das Wall Street Journal unter anderem schreibt, sagte, Seit langer Zeit mal wieder hat mich meine Mutter angesprochen auf die Märkte und hat mir gesagt, boah, die Märkte doch auf einem neuen Allzeithoch. Also man sieht, das kommt jetzt so ein bisschen im Bewusstsein der Amerikaner immer stärker an. Ich bin gespannt, wie morgen dann die Stimmungsdaten der US-Privatinvestoren ausfallen. Die dürften wahrscheinlich sehr euphorisch sein. Und es sind vor allem die Dickfische wieder. Microsoft hat heute es geschafft, 3 Billionen an Marktkapitalisierung zu erreichen. KI, KI, KI. So wahnsinnig viele haben mit KI bisher kein Geld verdient. Also zumindest nicht die Firmen, die das ihren Kunden anbieten, sondern es sind diejenigen wie ASML oder eben auch Nvidia, die die Chips anbieten. Also die die Schaufeln verkaufen für die Goldgräber, die bisher davon profitieren. Also Microsoft ist 3 Billionen wert. Wir hatten heute Zahlen eben von ASML, der macht, diese Firma macht, die niederländische Firma macht ja diese Geräte, womit man Chips herstellen kann, hat da im Grunde eine Alleinstellung. Und dann hatten wir auch Zahlen von SAP, also von ASML und von SAP waren beide sehr, sehr stark. Dementsprechend hier auch der DAX getrieben von SAP, größter Marktgewicht im DAX, nach oben gegangen, aber weit entfernt von der Party, die wir an der Wall Street sehen. Aber hier sehen wir mal, dass europäische Tech-Unternehmen deutlich günstiger sind. Hier sind wir weit entfernt von den Hochs, die wir etwa 2021 gesehen haben. Während die Wall Street, hier der Tech-Sektor innerhalb des SAP 500, im Grunde jetzt auf dem Niveau von Februar 2000 ist, also Hochpunkt der Dotcom-Blase. Natürlich gibt es jetzt diese großen Firmen, die faktisches Geschäft machen. Das war in der Dotcom-Blase anders. Aber es ist natürlich schon eine Euphorie in Sachen KI da, die sich irgendwann auch mal in Zahlen niederschlagen muss. Und wir haben vorhin Apple gesehen, ein Unternehmen, das 3 Billionen Marktkapitalisierung hat, das seit vier Quartalen im Grunde schrumpft. Das ist natürlich dann schon eine Bewertungsfrage. Und wir hatten auf der einen Seite ASML, das diese Chip-Euphorie heute wieder angefacht hat. Auf der anderen Seite haben wir Texas Instruments, die für die Industrie Chips im Grunde der führende Anbieter sind. Ziemlich mau, Nachfrage sei sehr schwach. Also es ist so ein bisschen ein schwieriges Bild, ein diffuses Bild. Und hier sehen wir mal die Hitmappe von heute. Vor allem eine Nvidia eben durch diese KI-Euphorie, eine Microsoft, also Tech im Plus auch eine TESA, eine Tesla heute im Plus, wenngleich nicht sehr stark, die ja heute Abend die Zahlen bringen wird. Wir sehen also der Nasdaq wieder mal mit Abstand der stärkste Index. Die Small Caps mehr oder weniger unverändert. S&P nach dem Nasdaq zweitbester, Dow Jones dritter Index heute. Hier sehen wir mal den S&P 500. Wie die ganze Geschichte laufen könnte. Wir sind jetzt genau an der oberen Trendkanalbegrenzung, wenn man hier eine Linie zieht, von den Hochs ausgehend. Wir sehen oben im RSI eine negative Divergenz, aber Aktienmärkte steigen immer, meine Damen und Herren. Das wissen wir doch. Heute, wie gesagt, der Tesla, nachdem Netflix gestern ja vor allem beim Abonnentenwachstum überzeugt hat, auch den Aufschwung bei Tech heute mit angefeuert hat, muss heute Tesla liefern. Und hier mal die Erwartung, Revenue bei 25,87 Milliarden Dollar. Die Erwartungen sind niedrig. Das ist gar keine Frage. Tesla ja unter Druck einerseits durch schwache Nachfrage der Konsumenten, seit der Förderprogramme weitgehend ausgelaufen sind. Und auf der anderen Seite kommen jetzt eben immer mehr Anbieter auf den Markt. Hier in Europa wird es vor allem BYD sein, die jetzt richtig angreifen. In China bekommt der Tesla jetzt immer mehr Schwierigkeiten. Da ist man von Militärbasen schon länger praktisch ausgeschlossen, aber von Other Government Affiliated Venues. Also das bedeutet, dass praktisch Beamte etc. keine Teslas mehr fahren dürfen. Warum? Weil eben Tesla natürlich oder Elektrofahrzeuge besonders natürlich Daten sammeln. Und das wollen die Chinesen nicht so gerne. Daten ist auch das Stichwort für diesen Index, den Sie hier sehen. Das ist der Chicago Fed National Financial Conditions Index. Und hier sehen wir, der ist jetzt in etwa da, wo wir im November 2021 waren. Das ist der Zeitpunkt, als die Fed noch nicht die Zinsen angehoben hat, als die Fed noch Quantitative Easing betrieben hat. Also das ist jetzt trotz über 5% Zinsen irgendwie so eine Party-Stimmung, als hätten wir jetzt 0 Zinsen und würde die Notenbank massiv Liquidität in die Märkte kippen. Und diese Stimmung, dieser positive Impuls, der vor allem mit Jerome Powell kam im Dezember, als er sagte, ja, wir haben schon über Zinssenkungen gesprochen, der hat sich in der Stimmung niedergeschlagen bei den Amerikanern, siehe Verbrauchervertrauen, Uni Michigan zum Beispiel. Aber eben scheint sich jetzt auch in Wirtschaftsdaten irgendwie zu manifestieren. Wir sehen heute den Einkaufsmanager-Index deutlich besser als erwartet. Sogar Manufacturing jetzt wieder über 50, also nicht geschrumpft, sondern ganz, ganz leicht gewachsen. Service ist 52,9, schon deutlicher gewachsen, deutlich besser beide Zahlen als eben die Erwartung. Der Preisaufwärtspreisdruck hat sich abgeschwächt, ist aber nach wie vor da, wie hier S&P Global, die die Zahlen ermitteln, uns verkündet haben. Und der könnte auch, wenn gleich weniger stark, in den USA wieder zunehmen. Hier sehen wir mal die Containerfrachtpreise für einen 40-Fuß-Container. Da sehen wir etwa Shanghai nach Los Angeles, hat sich auch verdoppelt seit Dezember. Aber wir sehen natürlich vor allem hier China nach Europa, etwa Rotterdam oder Genua. Da haben sich die Preise fast verdreifacht seit eben die Houthis hier das Meer unsicher machen. Heute ist, auch das ist bemerkenswert, eine Schiffsladung gecancelt worden aufgrund der Sicherheitslage, die nach Italien anlanden sollte, eben kommend von hier den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also wir sehen, dass sobald das jetzt wirklich verstärkt auf den Energiesektor übergreift, also dass man Öl oder Gas nicht mehr so transportieren kann, dann wird es interessant. Und das haben wir heute schon auch bei den Einkaufsmanagerindizes gesehen aus Großbritannien einerseits und aus der Eurozone andererseits, dass die Lieferzeiten deutlich länger werden. Und paradoxerweise ist es so, dass diejenigen, die den Einkaufsmanagerindex ermitteln, sagen, naja, wenn die Lieferzeiten länger werden, dann ist das doch ein Zeichen von Nachfrage. Aber dann kommen ja die Anbieter kaum hinterher zu liefern. Also muss das Wachstum bedeuten. Das heißt, diese längeren Lieferzeiten haben den Index sogar noch nach oben manipuliert, die Einkaufsmanagerindizes aus vor allem der Eurozone. Aber man spricht hier überall von steigenden Preisen, einerseits im Dienstleistungssektor durch gestiegene Löhne und auf der anderen Seite jetzt auch im Gütersektor eben durch diese Turbulenzen im Roten Meer. Das wird sich niederschlagen und niedergeschlagen ist geradezu die Stimmung, während die Amerikaner die Magnificent Seven haben, haben wir sieben Monate Rezession, wie hier heute der Einkaufsmanagerindex gezeigt hat, der seit sieben Monaten schrumpft. Und das wirklich Entscheidende hierbei ist, Erwartung wurde hier vor allem bei Services weit unterboten, während so langsam eine Stabilisierung im Gütersektor eintritt, aber nach wie vor schrumpft. Das alles, was unter 50 ist, heißt Schrumpfung im Vergleich zum Vormonat. Manufacturing hier, also Gewerbe 45,4 ist also deutlich geschrumpft, wenngleich nicht mehr in der Dynamik, die wir vorher gesehen haben, aber jetzt eben der Dienstleistungssektor. Und das war ja das, was die deutsche Wirtschaft lange oben gehalten hat, dass der Dienstleistungssektor, der schon lang schwachen Industrie getrotzt hat, jetzt aber kommt es eben auch auf den Dienstleistungssektor. Hier sehen wir, wie das nach unten tendiert, während Manufacturing sozusagen aus dem ganz tiefroten Bereich so langsam sich ein bisschen erholen kann. Also das wird durchaus nicht einfach. Hier hat heute ja dann Robert Habeck gesagt, ja, ich will doch den Wohlstand sichern in Deutschland durch die Energiewende. Hier sehen wir rechts nochmal, was diese Energiewende kostet bis 2045. 1,1 Billionen Euro um und bei ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands eines Jahres. Und da hat sich nun ein Hedgefund gedacht, oh, die Aussichten für Deutschland sind ja nicht so gut, jetzt shorte ich mal ein paar deutsche Aktien. Eine Siemens Energy, eine Volkswagen, die natürlich im Vergleich zu Tesla lächerlich günstig eigentlich ist. Mal sehen, bisher ist diese Wette noch nicht so wirklich aufgegangen für diesen Hedgefund, aber perspektivisch könnte sie aufgehen, denn wir haben also jetzt nicht nur diese 1,1 Billionen Euro hier Kosten in Deutschland, sondern dann kommen jetzt insgesamt nochmal 400 Milliarden oben drauf durch die Offshore-Windparks, die hier EU-Stromnetzbetreiber installieren müssen. Also das muss auch irgendwo irgendwie finanziert werden. Okay, wir haben es ja. Und das Problem ist, dass wenn man praktisch CO2-neutral klimafreundlich produzieren will, dann kannst du halt hier einige Branchen zusperren. Aluminium hat im Grunde in Deutschland keine Zukunft. Kupfer geht noch, weil der Energieaufwand bei Kupfer deutlich geringer ist. Bei Stahl ist es ähnlich schlimm. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel ThyssenKrupp, die sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen würden und klimaneutral hier Stahl produzieren würden, dann bräuchten wir das Zehnfache dessen an Strom, was wir derzeit verbrauchen. Und das wäre dann in etwa das Viereinhalbfache des Strombedarfes von ganz Hamburg. Also das sind immense Dinge, die hier sozusagen gemacht werden müssten. Der Strombedarf, der schießt ohnehin durch die Decke, durch diese totale Elektrifizierung. Die hier angestrebt ist, eben durch die Bundesregierung. Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Ich habe Sympathie für erneuerbare Energien, überhaupt keine Frage. Aber man sollte es vielleicht mit ein bisschen Maß machen. Man sollte irgendwie einen Mix machen, der irgendwie nicht so radikal ist, der dann irgendwie die Dinge besser auch im Gleichgewicht sein lässt. All das passiert nicht. Und die Folge sehen wir hier schon. Wir sind ja das angeblich reiche Land. Aber schauen Sie sich mal den Medianhaushalt an in Deutschland. Der ist in etwa so reich wie ein Medianhaushalt in Griechenland. Wir sind nicht unter den Top Ten in Europa. Das sind Luxemburg, Malta, Irland, Zypern, Belgien, Niederlande, Spanien, Frankreich, Italien. Auch Italien, weil die Italiener eben sehr viel Grundbesitz haben. Also die Leute sind faktisch nicht so reich. Und jetzt kommen diese immensen Ausgaben. Habeck hat ja dann gesagt, also mir geht es doch hier um die Zukunft. Und diejenigen Politiker, und damit meinte er wahrscheinlich Linder, die irgendwie nur ihre eigene Popularität im Sinn haben, dann habt ihr keinen Bock mehr auf Politik. Auch hier uns Scholz hat sich heute geäußert. Und ich sage mal so eine Halbseiten, ein Halbseitenes Eingeständnis gemacht, dass die Dinge nicht so wirklich gut laufen. Er sagt, ja, die Entscheidungsprozesse haben lange gedauert und wurden nicht so gut vermittelt. Aber das ist sozusagen ja gar nicht mal das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem ist, dass man die falschen Entscheidungen trifft. Und das bringt zum Beispiel auch hier der Chef des Unternehmerverbandes hier auf den Punkt. Der sagt, die Bundesregierung hat Erwartungen geschürt, die sie nicht einhalten kann, die sie nicht eingehalten hat. Stichwort irgendwelche Zuschüsse für Elektroautos, die dann plötzlich auslaufen. Also Versprechen, die nicht eingehalten werden praktisch. Und das sorgt dann für schlechte Stimmung. Und die Dinge könnten schwierig noch werden. Jetzt hat China die EU vor allem gewarnt bei dieser Untersuchung von E-Autos. Jetzt nämlich will China direkt auf den deutschen und den europäischen Markt kommen mit seinen E-Autos. Während sich die Europäische Kommission jetzt vor allem den Bereich KI mal zur Brust nimmt und hier wieder sehr viel Regularien erlassen will. Klar, es ist so, dass zum Beispiel hier der Chef von Aleph Alpha, dieser deutschen KI-Schmiede, sagt, also die Dominanz von Big Tech, also von den US-Firmen ist zu groß. Da müssen wir was machen. Hat er vielleicht einen Punkt. Aber hier, das Ganze wird wahrscheinlich wieder bürokratisch aufgerollt mit sehr vielen neuen Verwaltungsstellen, die dann wieder kommen. Und das Zweite, was uns unter Druck bringen wird, das dürfte Donald Trump sein. Das wird für deutsche Firmen kein Zuckerschlecken, wenn dieser Mann wieder Präsident wird. Importzölle etc. sollen ja angehoben werden. Austritt aus NATO? Fragezeichen. Also das wird dann eine sehr heiße Geschichte. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Hinweise. Der erste ist, der Robert, der sagt, dass die Energiewende den Wohlstand in Deutschland sichert. Wirklich? Schauen Sie sich das mal an, was der gute Robert dazu zu sagen hat. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist dieser Hedge Fund, der mal gut eine Milliarde Euro gesetzt hat auf fallende deutsche Aktien. Welche da genau das sind, das sehen Sie in diesem Artikel. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Am kommenden Dienstag, 19 Uhr, wird es kein Markeflüster geben, dafür aber einen Finanztalk. Und zwar unter anderem mit Giovanni Ciccivelli. Der gute Mann ist Daytrader und vor allem Newstrader. Was genau das ist und warum der sehr erfolgreich an den Märkten ist, das werde ich mit ihm und auch mit Jens Cianowski von XDB besprechen. Das also diese drei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.